Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Movie. Wir sind in Folge 60 und gucken mal wie es jetzt weiter geht. Nach der spannenden Quest mit der Unluxia. Ja, richtig, warum nehmen wir uns dieses krasse Lederling. Und es geht gar nicht weiter. Okay, das habe ich nicht erwacht. Ich habe eigentlich jetzt gedacht, wir kriegen jetzt weiter. Also eine Folge Quest. Aber, nichts gibt's. Naja, hätte ja sein können. So, dann können wir nämlich jetzt... Danach ist einfach bester am Geben gehen. Da müssen wir dann auch schon wieder Level Up haben. Weil wir haben schon wieder 93% vom Lüll. Das geht ja hier rucki zucki. Ah, doch nicht. Also nicht in Thermo, sondern hier in den Dings müssen wir abgeben gehen. In einem Hexenhäuschen. Oh, das habe ich ganz vergessen. Sehr spannend. Und ich sollte eigentlich besser darauf gucken, wo ich hin reite. Weil sonst reite ich hier. Ich schicke nämlich wieder hier eine Querdeutsche Wallachai. Tom Tom. Oh Mann, ey. Schreise. Ja. Wawawawawaw Schnell weg Äh, so Können wir zählen Oh man, oh man, oh man Ich hab gesehen, da war noch eins hinter mir Oh, und noch eins Keine Marzellen Puh Hat ne Aufregung Oh Der ist ja doof Und dann auch noch im Wasser Oh, da, Wasserbeerdigung Das findet er auch total uncool Ja So So Oh, jetzt aber Hm Nee, meine macht mir Schaden Coolen Hut hier Zack, bomb Na ja, cool ist anders Na ja, cool ist anders Na gut Cooler Hut Ähm 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 Ja, theoretisch würde ich sagen Gehen wir da hin Grim Totem Ja Lieber würde ich nach Terramor gehen Gehen wir auch nach Terramor Auch wenn wir dann hier durch Das sumpfen müssen Das sumpfen müssen Gibt es auch Gibt es auch irgendwo So ein Mann im Bötchen Oder so ein Zwerg im Bötchen Der verkauft Bücher fürs Angeln Weil Man kann hier nicht alles beim Angeln lernen Also beim Angeln Sondern man muss sich das Buch holen Damit man nachher weiter angeln kann Ja Ja Richtig So Ganz toll Jetzt wünsche ich mir Den Wasserschreiter Naja Wird es Hier Schwimmen so Gehen wir doch noch Na gut 36 Ich hab die schlimmer in Erinnerung Wahrscheinlich Deshalb, weil ich da auch kleiner dann noch Ja gut Das geht ja jetzt Puh Und der war hier irgendwo Der Verkäufer Das war nämlich furchtbar Mitten in der Wallerei Das war dann wirklich in der Wallerei Das ist ja nichts Nichts Aber es kommt dann springt noch nie um Gucken So Immer noch nicht Ich Ich muss dann auch noch zwei Quests abgeben Noch Schlingen dann Taschen Und dann auch eine fertig Uh, sehr gut Genau hier die Haue Abgeben Und dann könnte man theoretisch Nach Tanare So Noch nicht Obwohl ich es hier sehe Nur 800 Sehr doof Kann ich euch helfen Oh ja Nicht gerüßt Was ist das denn? Spot Ah, das war irgendein Ein Hund Oder so Da Ah, sag ich doch Spot Ah, lange lange ist her War ich Ich erinnere mich dunkel Bis dahin Was ist noch tolles in der Tasche? Nichts. Nichts. Nix tolles in der Tasche. Aber die Burgen und so Sind alle ziemlich gleich aufgebaut Ich glaub nur nachher nicht mehr Ja, die haben sich so ein bisschen geändert das licht sich noch gar nicht irgendwo abgeben in termo 800 erfahrungen kommen dafür ist ja nix ist ja shit ja ok auch noch ein paar da 3d 3d immer diese hin und her und hast du nicht gesehen Christ und wieder zu dem hier ist so einer der für die Quest killen muss eigentlich wovon ich mal erzählt hatte die gibt noch nicht irgendwie das kommt noch ein schlappes krass ich habe eigentlich gedacht es kommt noch eine Folge Quest aber gut schon nicht da machst du nix was haben wir denn hier noch ist naja hier theoretisch so weiter das hat ja genau zeppelin kann es wirklich sparen die ist kacke da war ich mir nicht sicher ob die nicht funktioniert jetzt ist ja weg puff so gucken ich glaube danaris richtig hier danaris für uns wahrscheinlich noch nicht hinschieben sonst würde ich uns jetzt porten sehen wir den Sturmwind dann können wir ein bisschen zum lehrer gehen hallo och guckte ne was sagen lass uns wieder ran ne ne schon gut boah acht minuten bis da oben das krass eh ähm dann baut uns mal nach Sturmwind und dann gehen wir mal zum lehrer sehr schön hier ist mir sogar mit ladebildschirm ne das war falsch ja 15 63 Leute ich weiß auch mittlerweile welche stufe dieses krokodil hat hier das sieht man jetzt schon 50 oh und es droppt nichts ich hätte das mit dem schamanen gebild zu gucken ne da ist nix das ist das muss man sich auch sparen können ähm leder 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 ich glaube 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 in der altstadt ne in der altstadt äh ne in der altstadt in der altstadt in der altstadt ist das müsste dann ungefähr hier sein hier so guck mal da der schützende bau genau das ist schon mal gut hier pju so haben wir das auch schon können wir dann schon was herstellen dann mittleres leder nicht ach der Bank aber 31 ok kein schweres zum herstellen klares schweres leder ok ich brauche mir 100 boah ok mal gucken ich glaube nicht dass das reicht also bisschen was wir da haben mit mittlerem leder 31 ne können wir gerade drei stück herstellen hm wo liegt schon denn das auf jeden fall haben wir kirchenreich schon mal wieder was für kirchenreich muss ich sagen hatte ich damals auf dem original reel auch immer recht schnell hoch dadurch dass du ja die tiere alle ledern kannst geht das ja immer ganz gut halt so andere berufe halt so andere berufe wie halt lederverarbeit oder so das ist doch das ist doch das ist doch doof das ist doch doof das will man tun ne das wird das fall können ne berufe da wo das und überwertet überwertet Springfälle Ohoho Nicht verkehrt, die Springfälle Alle 4 fallen Was geht euch durch den Kopf? Aspekt des Falken Nimm mal mit Nicht verkehrt Ja jetzt so Das haben wir hier nur riesige Feuervolle Ich würde ja eigentlich sagen, nicht schlecht Aber Gucken wir Schrift, Aspekt der Viper 64, okay Fast mit 66 Ist ja alles doof Das ist ja alles doof Wann kommt denn hier Wann kommt denn hier Ähm Überleben ist das vielleicht drin Irreführung 70, okay 18 Gold Oh Mann Die Anpreise Ja gut 70 erhöht Vorher hatten wir Mal gucken 50 50 Na gut Das ist schon einiges Das ist schon einiges Damit kann man schon mal anfangen So So Packen wir uns mal auf unserem Reicht hier Hm, ich gebe mal Unser mittleres Leder holen wir davon Ohne davon auch noch was Ohne davon auch noch was Na gut, wir könnten vielleicht ein bisschen was reißen Ein paar Pünktchen Jo, 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 jo Immerhin etwas Feiner Faden Oh, haben wir auch noch auf der Bank Ne Sehr, ja Ja Ist doch verwöhnt Wann muss man nicht so alles auf der Bank Unwärmen dann wieder direkt Drei Plätze auf der Bank frei Davon haben wir auch mittlerweile 2,26 Ist doch schön Nein Eigentlich gewonnen, dass er automatisch ermordet Naja gut Kann ja nicht alles haben Kann ja nicht alles haben Kann ja nicht alles haben So Das Sieh dir, sieh dir, sieh dir Ja, ja Geschmeidig auch Sehr gut Für die Allianz Unser feiner Faden Ah, da wollte ich mal gucken Lassen Aktion Das kostet Das gute Zeug hier Mit Leder Gucken wir doch mal nach Na ich hab den feinen Faden vergessen Auf der Bank Geh grad Mal gucken Hm 3 Volt Nö, da ändert sich nix Sind 3,50 Ja, kann man sich überlegen Ja, wo kommen sie überlegen Naja gut Wollen wir uns an den feinen Faden Können wir dann noch ein bisschen skskillen Naja 45 Theoretisch brauchen wir Am besten wäre noch 50 Naja Das Licht sei mit euch Seid vorsichtig Mal sieben Punkte Eine Minute Naja gut Ich werde dann mal weiter skillen Wir sehen uns in der nächsten Folge Folge 61 Ich wünsche euch einen schönen Tag Und wir sehen uns Auf Wiedergesehen Tschüss Tschüss